Musik Vorwort von Klaus-Dieter Bruch Wer mitten im Ersten Weltkrieg 1915 geboren wurde und im Alter von 93 Jahren beginnt, über seine Lebenserinnerungen zu schreiben, kann von einer Menge Erfahrungen berichten. Die Dekaden des vergangenen Jahrhunderts wurden von Ereignissen geprägt, die viele Menschen in Deutschland und Österreich verzweifeln ließen, sofern sie die Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, die Twistenkriegsjahre und schließlich den Zweiten Weltkrieg bewusst erlebten. Es sind die Erlebnisse einer Frau, meiner Mutter, die ihr eigenes Schicksal vermutlich nicht als Bürde empfand, sondern den Ereignissen freien Lauf ließ und in Erwartung einer hoffnungsvollen Zukunft in den Tag lebte, aber immer wieder bittere Enttäuschungen hinnehmen musste. Sag bloß nichts! Diesen Titel würde ich den Memoiren meiner Mutter verpassen, die nun am 7.12.2015 ihren 100. Geburtstag feiert. Ihre Eltern lernten sich in England kennen, heirateten dort und auch ihre ältere Schwester Margot wurde 1912 in London geboren. Sie kam am 7.12.1915 als zweite Tochter meiner Großeltern Kurt und Gertrud Löser in Mönchengladbach zur Welt. Ihr Vater, der vor dem Ersten Weltkrieg in London lebte, fiel 1916 als deutscher Offizier bei Verdun. Die Schwester war fortan der Liebling ihrer Mutter, die es nicht verwandt, dass ihr zweites Kind, meine Mutter, nicht als Junge zur Welt kam. Aus den Eintragungen des im Dritten Reich verpflichteten Familienbuchs ergab sich, dass Urahnen des Vaters im 18. Jahrhundert Reichskraven waren. Er selbst hatte vier Geschwister, die alle den Ersten Weltkrieg und sogar den Zweiten Weltkrieg überlebten und sich, wie in diesen Kreisen üblich, um das finanzielle Wohlergehen ihrer nunmehr verwitweten Schwägerin sorgten, die es fortan ihr Leben lang nicht zu arbeiten nötig hatte, um ihre Kinder großzuziehen. Auch die Geschwister ihrer Mutter, die vornehmlich mit Engländern verheiratet und vermögend waren, unterstützten ihre verwitwete Schwester Gertrud finanziell. In der Zeit als Kleinkind erlebte sie die strenge Erziehung ihrer alleinstehenden Mutter. Stets mussten sie und ihre Schwester den Onkeln und Tanten gegenüber ihre Dankbarkeit zur Schau stellen. Ein Widerspruch oder gar die eigene andere Meinung durften nicht geäußert werden, um die Verwandtschaft möglichst nicht zu vergrämen. Wenn ihre Mutter die Worte sag bloß nichts von sich gab oder mit großen Augen und erhobenen Augenbrauen ihre Kinder anblickte, wussten diese, dass sie zu schweigen hatten. Viele Ereignisse prägten meine Mutter so sehr, dass sie sich heute noch im Einzelnen an das Erlebte erinnern kann. Vieles, was sie damals als unvermeidlich betrachtet hatte, sieht sie heute mit anderen kritischen Augen, blieb aber ihrem anerzogenen Grundsatz treu, sei folgsam und sag bloß nichts. Diese Worte ihrer Mutter prägten ihr ganzes Leben bis heute. Eigentlich sollte ich ein Junge sein. Als ich aber nur als Mädchen das Licht der Welt erblickte, taufte man mich Margarete Anneliese. Ich wurde am 7. Dezember 1915 in München-Gladbach in Nordrhein-Westfalen geboren. Seit 1951 heißt dieser Ort Mönchengladbach, weil oft in geografischer Unkenntnis angenommen wurde, Gladbach sei ein Bezirk von München. Meine Eltern hatte es dorthin verschlagen, nachdem sie 1914 kurz vor dem Ersten Weltkrieg England verlassen mussten, wo sie viele Jahre in London gelebt und geheiratet hatten und wo auch meine um drei Jahre ältere Schwester Margot geboren wurde. Diese Übersiedlung war als Provisorium gedacht, denn nach dem Krieg sollte es sofort wieder nach England gehen. Mein Vater war ein London-Manager in einem Unternehmen, aber das Schicksal wollte es anders. Mein Vater fiel 1916 bei Verdun. Mutti entschloss sich sehr bald mit Margot und mir als Säugling nach Taucher bei Leipzig zu ziehen, denn hier lebten Großpapa mit Tante Emmi, Tante Gretchen mit Familie und in Leipzig Tante Ida mit Onkel Willi und ihren Kindern. Wir wohnten hier in einer großen Fünf-Zimmer-Wohnung im zweiten Stock, Bismarckstraße 16. Oft wurde sie umbenannt in Südstraße, dann wieder in Bismarckstraße. Das Gebäude wurde allgemein als das Hotel bezeichnet, denn es war ursprünglich als Hotel geplant, aber nie als solches auch gebaut worden. Ich hörte oft, bist du nicht die Kleine aus dem Hotel? Ich war immer stolz, in diesem Haus zu wohnen. Ebenerdig war ein kleines Restaurant, zu dem ein paar Gästezimmer gehörten. In diesen Zimmern waren nach dem Ersten Weltkrieg englische Offiziere einquartiert. Wenn nötig, musste Mutti übersetzen und nach englischer Art für diese Offiziere kochen. Damals war ich fünf Jahre alt. Schon als Kleinkind wurde ich zur Rücksichtnahme erzogen. Als ich eines Tages mit etwas im Mund nach Hause kam, fragte Mutti, was isst du denn? Ein Praline, war meine Antwort. Und das hast du nicht mit Margot geteilt? Ich spuckte es auf den Küchentisch und wollte teilen. Wahrscheinlich hat sich damals in meinem Gedächtnis festgesetzt, dass ich teilen musste, denn auch später gab und teilte ich immer sehr gerne. Ich wünsche mir sehenslichst einen Bruder. Da musst du Salz aufs Fensterbrett streuen, sagte Mutti. Dann bringt der Klapperstorch einen Jungen. Gesagt, getan. Gleich in der Früh sah ich nach, ob das Salz noch da war. Mutti musste in der nächsten Nacht gehört haben, dass in der Nebenwohnung ein Baby geboren wurde. Als ich aufwachte, war sie ganz aufgeregt. Stell dir vor, heute Nacht hat der Klapperstorch ans Fenster geklopft. Ich konnte aber nicht schnell genug das Fenster öffnen. Die Nachbarin war schneller und nun hat sie ein Baby. Als ich nach ein paar Tagen hörte, dass dieses Baby ein Junge war, wollte ich rüber, um das Baby zu holen, denn es gehörte doch uns. Als ich den Jungen dann sehen durfte, war ich enttäuscht. Da ist er so klein, den will ich gar nicht. Im ersten Stock wohnte ein Bübchen, er war so alt wie ich und mein Freund. Er hieß Rudolf Rindermann. Bübchen kam sehr oft zum Spielen zu uns. Ihm emponierten unsere vielen Spielsachen im Kinderzimmer. Einmal rief er mich zu sich. Er war allein zu Hause und hatte eine große Schüssel rote Krütze entdeckt. Wir aßen sie zur Gänze auf. Als Martha, der dienstbare Geist, erschien, gab's Schimpfe. Außerdem verbetzte sie uns. Bübchen meinte, Vati wird uns sicherlich verhauen. Das wollte ich nicht und lief schnell zu Mutti. Nach den Osterferien 1922 begann für Bübchen und mich das erste Schuljahr. Nach der feierlichen Aufnahme durch den Schuldirektor und den Lehrkörper in der Aula stand im Stiegenhaus der Schulwart mit Wäschekörben, in denen sich Zuckertüten respektive Schultüten befanden, mit kleinen Namensschildern gekennzeichnet, große und kleine. Uns Kindern erzählte man vor der Einschulung, diese wachsen auf großen Bäumen im Keller der Schule, die großen für die braven und die kleinen für die unfolgsamen Kinder. Dass ich meine Schwester am Tag meiner Einschulung in größerem Abstand hinter Mutti und mir mit meiner großen Zuckertüte abschleppte, wusste ich nicht. Denn ich durfte mich nicht umdrehen. Und ein Verbot galt eben. Bübchen kam in die Bubenklasse, ich in die Mädchenklasse. Von nun an wollte Bübchen nichts mehr mit Mädchen zu tun haben. Bald darauf zog er mit seinen Eltern nach Hamburg. Einmal hörten wir Margot ganz erbärmlich schreien. Sie war im Hof in die Aschengrube gefallen. Irgendwie angelte sie Mutti wieder heraus. Wenn Brot und Milch geholt werden musste, wurde meistens ich geschickt. Ich weiß noch, ich bekam ein kleines Köpferchen mit vielen Geldscheinen in die Hand gedrückt, um ein Brot oder Semmeln zu holen. Es war Inflation. Aber kein frisches Brot, hieß es stets. Da wir Kinder jedoch gerne frisches Brot aßen, knabberte ich es im Stiegenhaus an, damit ich es nicht wieder zurücktragen musste. Als ich eines Tages nur noch einige Kupferpfennige in die Hand gedrückt bekam, weigerte ich mich, für so wenig Geld Semmeln zu holen. Margot schien für Mutti etwas Besonderes zu sein. Sie war ja auch in London geboren, unter anderen Verhältnissen als ich. Sie genoss die Behandlung einer Lady. Aus dem war sie schlank, ich etwas pummelig. Aber dafür galt ich als der Sonnenschein in der Familie, denn ich war unkompliziert, lachte und sang mit Vorliebe. Im Winter, alle Vöglein sind schon da und im Sommer Weihnachtslieder, die ich so ziemlich alle beherrschte. Denn am Heiligen Abend, wenn das Christkind, das meiner Ansicht nach Mutti unheimlich ähnlich sah, die Kerzen am Weihnachtsbaum angezündet hatte, öffnete Mutti die Tür zum Salon, setzte sich sogleich ans Klavier und sang mit uns sämtliche Weihnachtslieder. Das ganze Heft durch, Jahr für Jahr. Wir Kinder schielten währenddessen schon immer zu den Geschenken hinüber. Die Puppenküche war neu tapeziert, der Kaufladen mit frischer Ware aus Schokolade und Marzipan gefüllt und die Puppen hatten neue Kleider an. Der Naschteller durfte auch nicht fehlen. Mutti bekam natürlich auch etwas von uns. Als Kleine ging ich in die Geschäfte, in denen wir einkauften und sammelte Geschenke, die sie vor Weihnachten an ihre guten Kunden verteilten, der Bäcker ein Brotkörbchen, das Lebensmittelgeschäft ein Einkaufsnetz und vieles andere. Als wir größer waren, machten wir für Mutti schöne Handarbeiten. Ich wünschte mir sehnlich eine eigene Mama-Puppe, wie Margot eine hatte, die ich jedoch nicht anfassen durfte. Ganz zufällig entdeckte ich eines Tages vor dem Weihnachtsfest eine große Schachtel in einem Zimmer. Beim Öffnen blieb mir fast das Herz stehen. Eine Mama-Puppe. Wenn man diese Puppe umlegte, schrie sie laut und deutlich, Mama! Nein, rief Mutti entsetzt, als sie das bemerkte. Die gehört Sigi. Ich häkle dafür nur ein Kleid. Wehe, du verrätst etwas. Ich war schwer enttäuscht. Am kommenden Heiligen Abend das Übliche. Erst singen, dann durften wir zu unseren Plätzen. Der Puppenwagen fehlte. Wenn Mutti komisch schmunzelte, dann wusste ich, da konnte etwas nicht stimmen. Sie holte hinter dem umfangreichen Foteu den Puppenwagen hervor und drinnen saß eine Mama-Puppe. Das konnte nur meine sein. Ich, die Puppe aus dem Wagen, die Türen flogen auf, ins Stiegenhaus gerannt und bei den Nachbarn geklingelt. Mutti hinter mir her. Nebenan wohnte ein älteres Ehepaar mit zwei erwachsenen Töchtern. Als mir geöffnet wurde, brachte ich keinen Ton heraus, machte nur artig meinen Knicks mit der Puppe im Arm. Du willst uns wohl dein neues Puppenkind vorstellen? Na, dann komm mal rein. Ich bekam das nicht so mit, aber später erzählte Mutti, für diese Familie war das ihr schönstes Erlebnis, das sie je an einem Heiligen Abend hatten. Sie mussten alle weinen. Meine Puppe brauchte dann auch einen kleinen Schrank für die vielen Kleider, Mäntel und Hüte, die das gesamte Damenkränzchen dieser Dame häkelte. Den Schrank erhielt ich bei einer anderen Gelegenheit etwas später. 6. Dezember, Nikolaustag in Taucher. In der Wohnung neben uns wohnten damals noch Edmund, seine Eltern und seine Schwester. Ich ging noch nicht in die Schule. Edmunds Mutter war der Nikolaus. Ich stand ehrfurchtsvoll vor ihm, als er einige Fragen an mich richtete. Edmund, der etwa elf Jahre alt war, lachte. Baby, du musst keine Angst haben, das ist meine Mutter. Ich sehe das an den Schuhen. Aber für mich war das der Nikolaus. Die ersten großen Schulferien im Sommer sollte ich bei Tante Liesl in Breslau verbringen. Sie dauerten etwa fünf bis sechs Wochen, von Anfang Juli bis Mitte August. Ich war schon vorher bei Tante Liesl gewesen und es gefiel mir bei ihr sehr gut. Sie war kinderlos und wollte mich gerne für immer haben. Mutti schrieb also eine Postkarte mit meiner Ankunft, steckte sie am Vormittag in den Briefkasten und setzte mich am Abend in Taucher in den Zug, der direkt bis Breslau fuhr. In der Früh kam ich in Breslau an, keine Tante Liesl am Bahnsteig. Ich heulte und schrie wie aufgespießt. Die Polizei kam gelaufen und viele Leute standen um mich herum. Meine Tante ist nicht da, heulte ich. Da ich wusste, dass Tante Liesl in der Fichtestraße wohnte, wurde vom Roten Kreuz eine Dame beauftragt, mich dorthin zu liefern. Tante Liesl steckte mich erstmal in die Badewanne, so verschmiert war ich vom Heulen. Am Nachmittag kam dann Mutti's Karte an. Es war wirklich sehr schön in Breslau. Tante Liesl liebte mich abgöttisch. Beinahe jeden Nachmittag fuhren wir mit der offenen Sommerstraßenbahn in den Ruderclub oder an die Oder. Mehrere Male in der Woche erschien dort ein Clown, der uns Kinder prächtig unterhielt. Am Abend fand ein Umzug mit Lampions statt. Onkel Max mochte ich nicht, denn er knallte einmal meine kleine Puppe an die Wand, die ich auf das Sofa gebettet hatte, wo er sich niederlegen wollte. Wie man mir das beibrachte, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls blieb ich in Breslau und ging nach den Ferien in eine höhere Töchterschule, wo man bereits mit Feder und Tinte in Hefte schrieb. 6. Dezember, Nikolaustag in Breslau. Tante Liesl ging einkaufen. Sollte inzwischen der Nikolaus kommen, dann soll er warten, bis ich zurückkomme, rief sie zu mir. Tante Liesls Dackel hörte nicht auf zu bellen und plötzlich stand der Nikolaus im Zimmer. Ich musste immer in seine Augen sehen. Genau wie Tante Liesl, dachte ich. Ich richtete ihm aus, dass er warten möge, aber er meinte, er müsse doch noch zu anderen Kindern gehen. Ich zerbrach mir den Kopf, wie der Nikolaus reingekommen sein mag. Durch Schlüsselloch, erklärte mir Onkel Max. Nein, ich lief zum Schlüsselloch. Wie kann das sein, das kleine Loch und der große Nikolaus? Doch, der kann das, sagte Onkel Max. Schließlich kam Tante Liesl. Ich lief ihr aufgeregt entgegen. Tante Liesl, Tante Liesl, stell dir vor, der Nikolaus hatte genau solche Augen wie du und er kam durchs Schlüsselloch. Der kann das, aber er konnte nicht länger auf dich warten. An diesem Abend konnte ich lange nicht einschlafen. Die Sache mit dem Schlüsselloch ließ mir keine Ruhe. Gegen Ende des Schuljahres fuhren wir alle nach Leipzig zur Hochzeit von Felix. Unsere Verwandtschaft war groß und von meinen vielen Cousins und Cousinen war ich die Jüngste. Bei sämtlichen Hochzeiten musste ich ein Gedicht aufsagen, meist als Engel verkleidet mit einem langen Kleid und Flügeln. Margot stand dann auch als Engel neben mir. Wenn sie stecken blieb, stupste ich sie an und half ihr weiter. Obwohl ich in Breslau alles hatte, was mein Herz begehrte, weigerte ich mich, nach Felix' Hochzeit wieder mit nach Breslau zu fahren. Ich wollte bei meiner Mutti bleiben, zum Leidwesen von Tante Liesl. Also besuchte ich wieder die Volksschule in Taucher. Hier hatte ich viele Freundinnen und wenn Geburtstage gefeiert wurden, waren wir stets eine große Runde und es ging lustig zu. Einmal kam unser Lehrer, Herr Dippmann, in die Klasse. Wir standen alle auf. Wie immer klatschte er in die Hände. Bums, da fiel die Lampe um. Setzen! Er ging zum Pult. Also heute singen wir. Gesungen werden sollte das schöne Lied Goldene Abendsonne. Annelies, du singst. Ich begann. Goldene Abendsonne, wie bist du so schön. Nie kann ohne Wonne deinen Glanz ich sehen. Und nun alle. Sie sangen für meine Begriffe schrecklich. Falsch, unterbrach Herr Dippmann. Noch einmal Annelies. Ich sang, dann die ganze Klasse, wieder falsch. Das wiederholte sich. Falsch, rief er schließlich ungeduldig. Sein kleines Taktstöckchen war nur mehr ein kleiner Stumpen vom Schlagen auf die vordere Bank. Dieses Lied hat doch nichts mit einer Kanone zu tun. Ach so, murmelten einige. Sie hatten sich schon gewundert. Es heißt nie Kanone und nicht nie Kanone. Ab nun klappte es. Als das 50-jährige Jubiläum der Konfirmation in Taucher gefeiert wurde, hatten mich die Klassenkameradinnen eingeladen. Nach der kirchlichen Einsegnung saßen wir alle gemütlich beisammen und sie stimmten dieses Lied an. Diesmal richtig. Sie hatten es nicht vergessen. Von klein auf wurde ich Baby genannt. Ich wusste gar nicht, dass ich einen anderen Namen hatte. Das brachte man mir erst mit Schulbeginn bei. Wenn ich jedoch für Mutti schnell etwas einkaufen oder mit ihr in den Keller gehen sollte, denn Mutti fürchtete sich, dann war ich Häschen. Das Baby war in unserem Bekannten- und Freundeskreis derart zur Gewohnheit geworden, dass es mir zum Teil bis ins hohe Alter erhalten geblieben war und oft spaßige und manchmal sogar auch peinliche Situationen hervorrief. Man darf sich nicht wundern, dass wir heute inzwischen alt gewordenen Leutchen über so manches, was sich die Jugend heute leistet, den Kopf schütteln. Wir wuchsen eben anders auf. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals geschlagen worden wäre, aber wir mussten gehorchen, gute Manieren haben, bescheiden und höflich sein. Und wir hatten trotzdem keine Komplexe. Heute wird die Erziehung mit Misshandlung verwechselt. Wenn wir Besuch hatten, sagte Mutti, Kinder darf man nur sehen, nicht hören. Warum wohnen wir eigentlich in Taucher und warum ist Margot in London geboren, stellte ich einmal die Frage und Mutti erzählte. Als sie 17 Jahre alt war, holte sie ihre ältere Schwester nach England. Tante Anna, etwa 20 Jahre älter als Mutti, war in London mit einem General verheiratet. Später, nach einem Besuch ihrer Eltern in Deutschland, nahm Mutti Tante Else mit über den Kanal. Auf dieser Reise stieg ziemlich bald ein gut aussehender junger Mann in den Zug und setzte sich zu den beiden ins Abteil. Die beiden jungen Damen hatten nichts Eiligeres zu tun, als sich über das hübsche Gesicht und seine schönen braunen Augen zu unterhalten. In Englisch natürlich, damit er nichts verstünde. Peinlich. Denn wie sich herausstellte, fuhr auch er nach England und beherrschte die Sprache besser als die beiden Schwestern. Tante Else hatte großes Interesse an diesem netten Mann. Mutti war bereits in London mit einem Italiener befreundet. Er war viel älter als Mutti. Der junge Mann aber wollte nicht Tante Else, sondern Mutti. So kam es, dass die beiden im Jahr 1911 heirateten. Im November 1912 wurde meine Schwester geboren. Sie bewohnten im Süden Londons eines der typischen englischen Häuschen und Mutti erwähnte noch, Vati fuhr mit Kat und Zylinder ins Büro. Oft stellte ich mir vor, wie es wäre, wenn mein Vater noch lebte. Ich wünschte mir immer sehnlichst einen Vater. Mutti konnte ungeheuer spannend erzählen. Sie erzählte von den Empfängen im Königspalast, an denen der General teilnahm. In den Palast durfte sie nicht mit hinein, aber der General nahm sie in der Kutsche mit bis zum Tor, von wo sie schön angezogen die internationalen Gäste in ihren bunten Uniformen bewunderte. Sehr gerne gingen auch Tante Annas Söhne, die bereits in Muttis Alter waren, mit ihr aus. Mutti war sehr hübsch, durfte aber nicht sagen, dass sie tatsächlich ihre Tante sei. Sie waren alle stolz auf sie, trieben aber so manchen Spaß mit ihr. Sie schickten sie zum Beispiel in einen Bäckerladen, um sich Stomach Egg zu kaufen. Mutti dachte, das sei Cake und wunderte sich, dass sie verjagt wurde. Draußen wurde sie von ihren beiden Neffen ausgelacht, denn sie hatte Bauchschmerzen verlangt. Nach einigen derartigen Späßen weigerte sich Mutti weiterhin mit ihnen spazieren zu gehen. Sie versprachen ihr hoch und heilig, sich zu bessern und ihr eine schöne Handtasche zu kaufen. Am Ende des Wegs gingen sie dann in ein Geschäft, in dem sich Mutti die versprochene Handtasche aussuchen sollte. Die beiden sprachen mit den Verkäufern, diese lachten, holten einen Stuhl und forderten Mutti auf, sich zu setzen. Mutti hatte sich genau gemerkt, was sie gesagt hatten, nämlich Das ist unsere arme, alte, taubstumme Tante. Bringen Sie ihr bitte sofort einen Stuhl. Tante Anna übersetzte ihr das dann später. Das und noch mehr waren Muttis Erzählungen. Nachdem mein Vater Mutti geheiratet hatte und nicht Tante Else, heiratete Tante Else einen Amerikaner. Er war Rechtsanwalt und lebte mit ihm in Panama. Nach dem Ersten Weltkrieg teilte sie ihren Schwestern mit, dass ihr Mann auf dem Cricketplatz vom Blitz erschlagen worden war. Kurz darauf zog sie wieder nach London und wurde Frau eines Bankiers. Als Tante Else nach Deutschland kam, um ihre Schwestern zu besuchen, wunderte sie sich, dass ich in die öffentliche Volksschule ging, während meine Schwester Margot eine teure Töchterschule in Leipzig besuchte. Durch die Inflation war das durch meinen Vater hinterlassene Vermögen nichts mehr wert und für zwei teure Schulen reichte das vorhandene Geld nicht. Deshalb bezahlte Tante Else für mich das Schulgeld und ich fuhr ab dem vierten Volksschuljahr täglich nach Leipzig in die Reinhold-Teichmannsche Höhere Töchterschule, die auch Margot vorher vier Jahre lang besuchen durfte. Margot ging inzwischen in die dritte Höhere Mädchenschule, für die Mutti allerdings das doppelte Schulgeld bezahlen musste, weil Taucher nicht zur Stadt Leipzig gehörte. Dazu kamen noch die Schulbücher und die Monatskarte für die Bahn. Damals fuhr noch keine Straßenbahn nach Leipzig. Wenn Onkel Max, Vatys Bruder, aus Berlin kam, war das für uns Kinder etwas ganz Besonderes. Onkel Max war in der Filmbranche tätig. Er nahm Mutti, Margot und mich mit in ein kleines Kino in Leipzig, in dem Stummfilme vorgeführt wurden und filmte Margot und mich beim Taubenfüttern am Augustusplatz. Onkel Max war mit einer Französin verheiratet, Tante Madeleine. Sie war klein und immer elegant gekleidet. Ich habe noch heute den Klang ihrer Stimme im Ohr, wenn sie mich fragte, Anlie, hast du unger? Der Französe spricht kein H aus. Tante Anna war schon lange Witwe und auch ihre beiden Söhne hatte sie im Krieg verloren, sodass sie sich entschloss, England mit ihrer Tochter Dorothy zu verlassen. Sie kaufte sich in Deutschland, in Bad Sachser, Südharz, eine wunderschöne Villa mit großem parkähnlichen Garten auf einer Anhöhe gelegen. Sie nannte sie Villa Dorothea. Großpapa und Tante Emmy verließen nun Taucher und zogen mit nach Bad Sachser. Mir tat das unendlich leid, denn ich besuchte sie oft in Taucher. Großpapa hatte mir einen kurzen Vers in Taucher beigebracht, den ich, wenn ich zur Haustür hereinkam, rufen sollte. Großpapa, hepp, hepp, schenk mir tausend Taler. Tausend Taler habe ich nicht. Pfui, Großpapa, schäme dich. Er empfing mich dann im ersten Stock mit ein paar Pfennigen in der Hand. Im Winter roch das ganze Haus nach Bratäpfeln, die wir uns gemeinsam gut schmecken ließen. Musik Amen. Amen.